hallo mal wieder bevor es mit der repulsine weitergeht muss ich noch mal einen ganz kurzen abstecher zum bedienemotor machen die repulsine habe ich am anfang mit 12 volt angesteuert mit so einer autobatterie und habe dann mitbekommen dass 12 volt viel zu viel sind eigentlich die wickelung die habe ich ich war faul gewesen beim wickeln habe nur ziemlich wenig windungen drauf mit dickem draht und momentan hängt die repulsine an 5 volt usb und die 33 leds sind halbwegs naja sie leuchten gerade so dass man ein bisschen was sieht sagen wir so die gehen natürlich noch viel heller aber was will man bei 5 volt vom back amf schon erwarten ich bin schon mal froh dass er überhaupt die wie viel sind es jetzt doch 33 leds in reihe überhaupt hin bekommt dass sie so schön leuchten und hier bei dem motor sind es mit 12 volt eingang 125 leds die da hier so fröhlich vor sich hin leuchten hier unten die spinnweben habe ich extra dran gelassen für euch nicht dass ihr seht dass der dass der hier auch noch ein bisschen wind generiert das sind jetzt jedenfalls summa summarum die ganzen leds die hier so vor sich hin leuchten 125 stück so und so eine led die braucht ja eine bestimmte spannung damit sie überhaupt leuchtet ihr habt ihr mal ein diagramm wie das sich normalerweise bei leds verhält und bei den leds das sind jetzt weiße leds die müssten so ungefähr bei 2 2,2 volt ungefähr sein dass die überhaupt ein bisschen anfangen mit leuchten naja so jetzt haben wir hier 125 leds in reihe die sind natürlich jetzt nicht in vollster durch stärke was die leiste machen könnte aber das ist schon trotzdem eine ganz ordentliche leuchte kann man auch schon mal ein bisschen was sehen und ich würde mal so behaupten so ein milliampere werden die jetzt schon ziehen denke ich mal oder lassen ein halbes milliampere sein es gibt da wirklich sehr sparsame leds aber trotzdem fasziniert mich die spannung irgendwo so und mal kurz zu der vorstellung stinknormaler schulmädchen bedini motor mit rezwitsch im in der triggerstrecke sozusagen den vorwiderstand den habe ich rausgefunden hier auf die drehzahl und dann haben wir unsere neon klimlampe natürlich noch dran die bei überspannung das heißt wenn da der trigger zu viel spannung bekommt die spannung ableitet und die leuchtet normalerweise so erst ab 90 volt fängt die an mit leuchten und ich kenne es so naja die meisten medini-bastler wissen es ja auch wenn ihr da eine batterie am output dran habt dann leuchtet diese neon klimlampe nicht es sei denn ihr geht damit ein output über 90 volt dann fängt ihr wieder an mit leuchten so jetzt haben wir aber hier am output mit unseren leds 125 also mal zwei kann man da mindestens rechnen das müssten theoretisch 250 volt jetzt eigentlich sein normalerweise die da hinten leuchten und trotzdem klingt die neon klimlampe nur so ein bisschen die leuchtet nicht andauernd sie tut da wirklich nur die spannungsspitzen weg transportieren die leds die würden jetzt noch höher gehen würde ich jetzt hier die zwei neon klimlampe ich habe zwei neon klimlampe eingebaut wo ist denn die andere hin ach so die seht ihr hier oben drüber hier unten guckt die zweite neon klimlampe raus weil ich am anfang schon davon ausgegangen bin dass da hohe spannungen rauskommen aber beim ersten versuch haben die gar nicht geleuchtet da haben zwar die leds richtig schön hell geleuchtet aber die neon klimlampe sind nicht angegangen dann habe ich halt eine wieder kurz geschlossen dass nur eine mit drin hängt und die flackert jetzt so ein bisschen hin und her ich hoffe so ein paar bedini bastler können mir so halbwegs folgen und worauf ich jetzt hinaus will ist nämlich dass nachdem ich die repulsine dann nämlich an an die meine allein batterie an klemmte habe ich mitbekommen dass die mache anklemmend besser wird also ich habe es vorher eigentlich schon gewusst dass der bedini motor auch beim entladen von akkus richtig was bringt weil er ja mit richtig schönen pulsen und dann praktisch die entladung hier von statten geht und die entladung bei akkus ist die halbe miete beim regenerieren also mit harten pulsen entladen bringt dann meiner meinung nach genauso viel wie mit harten pulsen laden und deshalb nehme ich meine bedini motoren beim regenerieren von solchen großen akkus meistens als verbraucher dann die werden einmal mit remf geladen dann werden sie mit bedini leer gerüttelt bediene irgendwas anderes vorzugsweise in bedini der auch so 500 milliampere oder ampere an seinen pulsen ziehen kann das bringt dann bei den großen auto batterien richtig was und bei meiner allein batterie hat das jetzt bewirkt die war vorher immer nur so auf 11,3 volt und ich habe sie nie über zwölf volt gekriegt als über zwölf volt hält und jetzt endlich mehr der verstärker ist es gerade dran die ist es im betrieb jetzt endlich hält sie auch in den oberen voltzahlen wieder ganz gut aus manchmal gibt es dann nämlich bei den batterien beim regenerieren so ein punkt über den die batterien beim laden nicht hinausgehen da werden die dann warm und die ladeschlussspannung wird einfach nicht erreicht hier hinten dran ist jetzt 400 volt 4700 mikrofahrt kondensator also die bgmf pulse vom bedini die speisen hier hinten den kondensator und an dem kondensator hängen jetzt diese ganzen leds hier diese 125 stück in reihe wo wir mit mindestens 250 volt rechnen dass da jetzt drauf sein müssten und bevor man da jetzt sagt euphorisch over unity wollen wir erst mal gucken wie viel spannung da war und da zeigt jetzt mein messgerät hier lediglich also lediglich 125 volt an mit was 125 leds leuchten hier drüben sind 75 leds und hier drüben sind noch mal 50 leds wenn ich richtig gerechnet habe 125 leds und die sind schon ganz schön hell da mit 125 volt von dem 4700 mikrofahrt 400 volt kondensator der spannungsspitzen ganz gut schlucken kann normalerweise wo kommen jetzt die restlichen 125 volt her die die led zum leuchten bringen ist es so dass unser messgerät das hier nicht anzeigen kann dass unser messgerät jetzt nur die spannung von 0 volt bis plus 125 volt messen kann aber praktisch von 0 volt bis minus 125 volt nicht messen kann ich kann mich da nur irgendwie an die worte vom walter schauberger erinnern schauberger hat an sich in den jahren zuvor vorwiegend mit dem energieträger wasser eine ganze reihe von untersuchungen durchgeführt bis zu einem ergebnis wo er sagte jetzt stehe ich am rande es wäre doch an sich richtiger wenn du dich von der technischen hochschule als assistent verabschiedet was meinten ihr wo hier die lösung zu suchen wäre nehmen wir fahren also falls euch die stromsteiger interessiert müssen hier irgendwie bei 75 milliampere und wir hängen hier an der 12 volt batterie allein batterie dran ja also hier sind bei mir immer noch so ein paar fragezeichen offen